Auf dem letzten Retro-Treffen habe ich meinen Labyrinth-Algorithmus ein bisschen verändert. Und zwar hat er bisher immer nur so Blöcke angezeigt und jetzt sollte er so linienförmige Wände anzeigen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, das hier ist mein Labyrinth-Algorithmus. Der macht so Labyrinthe. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich in der Endcard auf jeden Fall das Video verlinken. Da habe ich diesen Algorithmus programmiert. Der kann in dieser Version hier nur so Blöcke machen. Und ein User im Discord hatte eine Idee und zwar wollte der auch ein Labyrinth machen. Und hat dann das Labyrinth mit diesen Grafikzeichen hier gebaut. Muss man eben gucken, wo die sind. Ich meine, es wäre hier zum Beispiel diese runde Ecke gewesen. Und dann, wenn die Wand da weiter geht, jetzt muss ich allerdings gucken. Shift-C ist es. Mit Shift-C wird dann so eine Wand weiter gemacht und dann geht es irgendwann wieder um eine Ecke rum. Und dann geht es hier einfach Shift-B mit diesen dünnen Wänden so weiter. Und so wollte ich mein Labyrinth hier oben auch gestalten. Allerdings wollte ich das nicht auf einmal printen, sondern halt auch zufallsgeneriert lassen und dann die Wände hier entsprechend austauschen. Und da ist halt die Problematik herauszufinden, an welcher Stelle welcher Wandtyp geprintet werden soll. So, hier sieht man, wie sich das Labyrinth langsam aufbaut. Das dauert relativ lange, weil für jedes Wandstück erst mal geprüft werden muss, welche Art von Wand denn an die Stelle geprintet werden soll. Wenn man sich die einzelnen Wände hier im Labyrinth ansieht, dann sieht man hier zum Beispiel dieses Wandstück. Da ist darüber ein Stück Wand, darunter ein Stück Wand und rechts davon ein Stück Wand und deswegen ist hier dieses halbe Kreuz praktisch drin. An anderen Stellen, wie hier oben zum Beispiel, da ist darüber eine Wand und rechts davon eine Wand und da wird dann diese Kurve reingezeichnet. Ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe ein Array angelegt und zwar ein String Array mit 16 Elementen drin. Ich liste das hier mal auf, habe das K-Dollar-Zeichen genannt und habe dann hier die verschiedenen Wandtypen einfach reingelegt. Und dann habe ich mir überlegt, dass man die Wände, wenn man sie jetzt mal anschaut, sagen wir mal hier ist die Wand, dann kann ja im Norden eine Wand sein, im Osten, im Süden und im Westen eine Wand. Und dann habe ich mir gedacht, jedes dieser Wände könnte auch für ein Bit stehen. Wenn also beispielsweise im Norden eine Wand ist und im Osten eine Wand ist, dann wäre das diese Binärzahl. Das ist das 0. Bit, das steht für Norden, das ist auf 1, das ist das 1. Bit, das steht für Osten, das steht für Süden und das steht für Westen. Und im Süden und im Westen ist keine Wand. Also haben wir hier 1,1, das ist eine Binärzahl und das ist dann 3. Also 1 und das ist Vertical 2, also 2 plus 1 sind 3. Wenn man dann hier oben einfach mal guckt, tatsächlich, in dem Array mit dem Index 3 steht dann die entsprechende Wand drin. Wenn man sich die anderen Wände mal anguckt, da sieht man dann hier auch, manche sind doppelt. Das liegt dann daran, wenn man jetzt hier die 4 und die 5 nimmt. Also das wäre ja 4, das heißt im Süden ist eine Wand, im Norden ist keine Wand. Und das wäre die 5, im Süden ist eine Wand und im Norden ist eine Wand. In beiden Fällen gebe ich hier einfach so ein langes Teilstück dann aus. Hier oben bei der 0, da habe ich gedacht, wenn da keine Wand drumherum ist, dann ist es ja eine Säule. Da habe ich dann hier so einen Kreis genommen. Der Zufallsalgorithmus kann allerdings keine Räume mit einzelnen Säulen machen. Also jede Wand hat irgendwo Nachbarn, deswegen wird auch im Labyrinth keine Säule geprintet. Ja, weiter unten im Programm schauen wir uns das dann mal an. Und zwar hier ist das Labyrinth erzeugen. Wie gesagt, in der Endcard werde ich euch gleich das Video verlinken. Dann könnt ihr euch das genauer angucken, wie das Ganze funktioniert. Da habe ich das von Grund auf dann programmiert. Und dann gibt es hier unten Karte ausgeben. Beziehungsweise Karte ausgeben 2, weil es ja ein Karte ausgeben 1 gab. Das habe ich dann glaube ich aber hinterher rausgelöscht. So, Karte ausgeben 2 läuft also dann dieses oben erzeugte Array durch. Also der Algorithmus erzeugten Array, wo dann praktisch drin steht, ob da eine Wand ist und an welcher Position die Wand ist und sowas. Und das laufe ich dann hier einfach durch und prüfe dann hier unten in diesem Karten Array, da steht in K% ab, ob an der Stelle mit Y-1, also oben im Norden, eine Wand ist. Da habe ich hier das YI, da müssen wir oben mal eben gucken, was das war. Ah, hier oben steht es, XI und YI, das ist die maximale Felderindexzahl. Also je nachdem, wie groß das Labyrinth ist, der maximale Index, der in diesem Karten Array K% drinstehen kann. Was man hier beim Algorithmus noch beachten muss, dieses K% das steht ja am Anfang komplett auf 0, also in jedem einzelnen Feldindex steht eine 0 drin als Wert. Und da habe ich dann einfach gesagt, das sind Mauern. Also 0 ist eine Mauer und 1 ist ein Gang, denn der Algorithmus, der kreiert nicht die Mauern, sondern der fräst in diesen Block aus dem Wänden praktisch einen Gang rein. Und dann setze ich den Gang dann auf 1, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da musste ich auch erstmal drüber nachdenken, hinterher nochmal, wo ich das angepackt habe, dass 1 keine Wand ist, sondern 0 ist eine Wand. Gucken wir uns das unten nochmal an mit der Ausgabe. Und zwar mache ich dann hier folgendes, ich prüfe halt ab, ob auf der X-Position, wo ich gerade beim Durchzählen bin, also ich gehe jedes einzelne Feld durch, und der Y-Position minus 1 und dieses ANDYI sorgt dafür, dass wenn ich dabei, also ich gucke mir das nördliche Feld an und wenn ich dabei aus der Karte rausgehe, also in den Minusbereich lande, dann komme ich automatisch unten in die Karte wieder rein. Das heißt, ich gucke mir dann nicht aus der Karte das Feld an, sondern das Feld gegenüberliegend am unteren Rand der Karte. Und wenn das hier gleich 0 ist, also wenn da eine Wand ist, dann nehme ich mir hier diese Variable k, die setze ich hier oben am Anfang immer auf 0, das heißt keine Wände, und wenn jetzt im Norden eine Wand ist, dann sage ich hier k gleich k or 1, dann setze ich also das 0. Bit mit der Wertigkeit 1 auf 1. Und das mache ich dann hier in der nächsten Reihe auch, da gehe ich hier IX plus 1, ANDYI, falls ich wieder aus der Karte rausgucke, aber ich gehe dann hier praktisch, gucke mir das Feld rechts daneben an, also das im Osten liegende Feld, und wenn das auch eine Wand ist, dann setze ich hier k wieder mit OR 2, also das Bit mit der Wertigkeit 2, das ist das erste Bit, das setze ich dann auf 1. Und das mache ich dann hier mit dem nächsten Bit, mit der Wertigkeit 4 und mit der Wertigkeit 8, je nachdem, ob dann hier im Süden oder im Westen halt eine Wand ist, das Ganze auch. Das heißt, am Ende habe ich hier in k einen Wert drin stehen, der zwischen 0, so wie ich ihn initialisiert habe hier oben, und 15 ist. Wenn alle Wände vorhanden sind, dann ist es halt der Index 15. Und dann printe ich hier an der Stelle einfach K-Dollar-Zeichen in Klammern den entsprechenden Index, und welcher Wandtyp das dann ist, das sieht man dann hier oben. In Klammern 1 ist zum Beispiel hier diese Wand von Norden nach Süden, in Klammern 2 wäre dann die Wand von Westen nach Osten, und die entsprechenden Ecken und so sind hier drin, und natürlich auch hier diese Abbiegungen, und hier unten auch dieses X zum Beispiel, wenn dann rundum Wände sind, dann wird dieses X dahin geprintet. Beziehungsweise es ist ein Plus. Ein X wäre so, ihr wisst schon. Da war der ganze Programmierspaß jetzt aber noch nicht vorbei, denn ich habe noch ein kleines Männchen programmiert, das durch das Labyrinth gehen kann. Also so sieht das Labyrinth jetzt aus, wenn die ganzen Wände entsprechend ausgetauscht sind, und da gibt es dann hier noch dieses Ad-Zeichen, was man da sieht, und das ist die Figur, und die kann hier lustig durch das Labyrinth durchlaufen, und wenn man hier unten aus der Karte rausläuft, dann kommt es oben an der Karte wieder rein. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn ich aus dem Labyrinth rausgucke, nach Norden, und komme an eine Position, die außerhalb der Karte liegt, dann komme ich unten wieder rein und gucke mir eigentlich das Feld, das auf der Karte gegenüberliegend liegt, an. Wenn die Wände reinlaufen, hier kann ich nicht. Das wird abgeprüft, und zwar prüfe ich da das Array ab, das K-Prozent-Array, und wenn da auf der neuen Position eine Null ist, dann kann man da einfach nicht hingehen. Ich würde sagen, ich zeige es euch schnell. So, das hier ist der Teil mit dem Laufen, und zwar fangen wir einfach mal an dieser Stelle an, in der 7110. Da frage ich einfach eine Taste ab, lege das Ergebnis in EG-Dollar-Zeichen rein. Das hier hinten, das ignorieren wir jetzt erstmal, das zeige ich euch dann gleich noch. Sobald man eine Taste gedrückt hat, wird das hier W, S, A, D und Q abgefragt. Bei Q wird das Programm einfach beendet, und die Farbe wird auf weiß gesetzt. W, S, A, D verändert die Position, und zwar habe ich dann hier N, Y genommen. Das ist sozusagen die neue Position, auf der die Spielfigur landen wird. Also Y, minus 1 bedeutet, ich gehe nach Norden, plus 1 nach Süden, und N, X ist dann halt entsprechend minus 1 für Westen und plus 1 für Osten. Dann ist hier noch so eine alte Prüfung drin, die habe ich auskommentiert, die können wir uns da mal sparen. Dann prüfe ich hier an der Stelle ab, ob die neue Position auf der Karte, also K% mit der neuen X- und Y-Position, gleich 0 ist. Wir erinnern uns, 0 bedeutet, da ist eine Wand, und wenn das so ist, dann setze ich einfach die neue Position X wieder auf die PX, das ist die Spielerposition, und Y auch wieder auf die Spielerposition. Damit hat sich der Wert im Prinzip dann nicht verändert, also ich ändere ihn wieder zurück, und springe dann hier in die Zeile 7.110 hier oben und prüfe dann, oder warte dann wieder auf eine Tasteneingabe. Sollte da keine Wand sein, kann man das Feld betreten, dann wird hier unten der Cursor positioniert, und anschließend ein Leerzeichen geprintet, das heißt, das Add-Zeichen wird an der aktuellen Position gelöscht. Man sieht hier oben auch, dass der Cursor auf die aktuelle Spielerposition positioniert wird, also PX und PY. Anschließend setze ich dann die Spielerposition auf die neue Position, die hier oben ja neu berechnet wurde, einmal X und Y, und dann springe ich in die 7.100, das ist hier oben. Da positioniere ich den Cursor wieder auf die neue Position diesmal, denn in PX steht jetzt die neue Position drin. Dieses LX und LY ist übrigens der Versatz auf dem Bildschirm, wo das Labyrinth liegt. Das liegt ja nicht ganz oben in der Ecke, sondern das liegt ja so mittig. Und LX und LY, da steht praktisch drin, an welcher Position die Nullposition vom Labyrinth ist. Deswegen muss die hier immer noch mit drauf gerechnet werden. Und an die Stelle printe ich dann hier ein gelbes Add-Zeichen. Und damit bewegt sich dann der Spieler. Das heißt, die alte Position wird mit dem Leerzeichen überschrieben, das passiert hier unten, und die neue Position, da wird dann wieder das Add-Zeichen hingeschrieben. Das passiert hier oben. Und das sieht dann so aus, als ob dieses Add-Zeichen durch das Labyrinth durchwandert. Damit war der Programmierspaß aber immer noch nicht ganz vorbei, denn dieses Add-Zeichen ist ja wenig abenteuerlich und ich habe mir gedacht, das sollte doch mal noch ein bisschen grafisch ansprechender aussehen. So, die Wartezeit habe ich euch jetzt mal ein bisschen erspart. Ihr seht jetzt hier im Labyrinth, da läuft jetzt tatsächlich so ein kleines Männchen rum. Ich habe nämlich dann noch den Zeichensatz geändert. Und damit man den Zeichensatz ändern kann, muss man das Character-ROM komplett in den Arbeitsspeicher kopieren. Ansonsten im ROM kann man es ja nicht verändern, im RAM schon. Und das habe ich hier gemacht und habe dann aus dem Add-Zeichen praktisch hier dieses kleine Männchen gebaut. Und das sieht auch dann hier schon direkt besser aus, wenn es hier durchs Labyrinth durchläuft. Hier zeige ich euch mal grob, wie ich das gemacht habe. Ich habe da ein komplettes Video drüber gemacht und das verlinke ich euch auch gleich in der Endcard. Dann könnt ihr euch das später dann auch nochmal im Detail angucken. Hier wird im Prinzip genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Man kopiert das Character-ROM in den Arbeitsspeicher rein. Dazu muss man hier in so einer Schleife da komplett durchlaufen und das dauert ewig. Die Schleife, die ist hier. Also zwei Kilobyte werden da kopiert von 0 bis 2047 und dann wird praktisch immer aus dem Character-ROM gelesen und in den Arbeitsspeicher reingepokt. Und das frisst halt eine Menge Zeit. Vorher muss man noch so ein paar Dinge machen. Man muss den I.O. ausschalten und so, damit der C64 dann auch auf den Character-ROM zugreifen kann, ohne dass er abstürzt. Wie gesagt, das findet ihr hinten alle im Video. Interessant ist vielleicht dann auch noch das hier unten. Da wird nämlich dann dieses eine Zeichen, nämlich das Add-Zeichen verändert. Und das hier unten, das sind die verschiedenen Werte, die dieses Männchen sozusagen darstellen. Hier habe ich die Werte mal aufgeschlüsselt, also die Werte hier oben aus dieser Data-Zeile und habe die hier mal in binär hingeschrieben und da mit ein bisschen Fantasie sieht man da schon, dass das Männchen ist. Also die 24, das ist binär 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 und die 64 ist dann zum Beispiel 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Und wenn ich jetzt hier einfach mal vielleicht irgendwas nehme, was ein bisschen sichtbarer ist, zum Beispiel hier, ja, so viel sichtbarer ist es auch nicht und die ganzen Einsen praktisch damit austausche, dann seht ihr schon, da bleibt praktisch dann hier das Muster von dem Männchen übrig. Vielleicht lösche ich mal kurz die Nullen noch. Ja, so kann man schon besser erkennen. Also diese Zahlenkolonne hier, die poked praktisch dieses Bit-Muster über das Add-Zeichen und damit sieht das Add-Zeichen nachher so ein bisschen aus wie dieses Männchen hier. Ein bisschen Zeit hatte ich dann allerdings noch zum Programmieren und vor allen Dingen auch Lust. Und da habe ich noch eine Kleinigkeit dem Ganzen hinzugefügt und jetzt kommen wir zu diesem mysteriösen T, das wir eben schon oben bei der Eingabe gesehen haben. So, ich habe das Labyrinth wieder reingeladen und wie man sieht, wie von Zauberhand bewegt sich das Männchen. Ich hatte mir nämlich gedacht, ich werfe das Labyrinth per Beamer an die Wand und dann wäre es ja langweilig, wenn die ganze Zeit dieses Männchen einfach nur still steht. Ich habe also noch so einen kleinen Programmteil geschrieben, der das Männchen per Zufall bewegt. Da ist jetzt kein großer Algorithmus dabei. Es ist wirklich nur eine Zufallszahl, die erzeugt wird und je nachdem geht es dann in eine bestimmte Richtung. Gucken wir uns das auch nochmal eben an. So, das hier ist der Teil, wo das passiert. Ich habe hier das vorhin auskommentiert gehabt, diese Zeile hier oben. Deswegen ist da nichts passiert. Aber während hier auf eine Eingabe gewartet wird, wird jedes Mal, wenn hier dieser Check läuft und man keine Taste gedrückt hat, die Variable T plus 1 gerechnet. Anschließend springe ich hier zurück in die 7106 nach hier oben und da wird geprüft, ob T größer als 100 ist und wenn T größer als 100 ist, dann springe ich hier in die Zeile 7300. Das ist hier unten dieses ominöse Runde. Das heißt auch hier oben, je kleiner diese Zahl ist, desto schneller bewegt sich das Männchen, weil es einfach mehr Ticks ergibt hinterher. Ich kann das ja mal hier irgendwie auf 10 setzen und dann starten wir das Programm gleich nochmal. Wir gucken uns aber eben noch an, was hier unten unter Runde ist. Da passiert nämlich nicht allzu viel. T wird wieder auf 0 gesetzt, damit dann hinterher wieder oben dieser Zähler von vorne losgeht. Und T2, da suche ich mir dann hier eine Zahl zwischen 0 und 3. Anschließend checke ich dann, ob die Zahl 0, 1, 2 oder 3 ist. Und ähnlich wie ich das oben am Gehen schon gemacht habe, wird dann hier die neue Y-Position oder die neue X-Position entsprechend angepasst. Mit dem End hier hinten wieder, damit man nicht aus der Karte rausfällt, sondern an der anderen Seite wieder reinkommt. Und dann gucke ich hier, ob da eine Wand ist. Und wenn da keine Wand ist, dann setze ich die Position wieder zurück auf die aktuelle Spielerposition und spring wieder zurück in die 7310, also hier oben hin. Das heißt, ich suche mir dann wieder eine Zufallszahl und das ganze Spielchen geht so lange, bis ich irgendwann eine Richtung gefunden habe, per Zufall, in die das Männchen auch laufen kann. Und wenn das Männchen dann da hinlaufen kann, dann springe ich hier wieder in die 7200 und hier oben in der 7200, da ist diese auskommentierte Zeile, das war, so hatte ich das vorher irgendwie geregelt, da wird hier nochmal geprüft, ob an der Stelle eine Wand ist. Das müsste man hier eigentlich nicht mehr machen. Ich wäre also besser hier unten in die 7210 gesprungen. Details. Und dann wird hier praktisch wieder dieses Leerzeichen auf die aktuelle Spielerposition geschrieben und dann hier hochgesprungen, wo dann hier oben das Männchen an die entsprechende Stelle gesetzt wird. Hier oben sieht man übrigens auch schön, das Männchen, das hier als Esky-Grafik jetzt auch im Code drin steht, weil die Routine zum Ändern des Zeichensatzes ist ja durchgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle das Männchen stehen. Wenn ich jetzt mit dem Cursor da draufgehe, dann ändert sich das immer zum invertierten Add, weil das ist ja ein anderes Zeichen und das habe ich im Zeichensatz noch nicht geändert. Da kann man aber jetzt schön sehen, dass das hier eigentlich das Add-Zeichen ist und wenn ich jetzt hier einfach mal das Add-Zeichen hinprinte, dann printe ich hier auch lauter kleine Männchen hin. Ja, hier das Ganze nochmal mit der 10 oben als Geschwindigkeitsangabe, da rennt das Männchen deutlich schneller. Hier sieht man auch, dass es eigentlich komplett Zufall ist, wie das rennt. Also es bleibt da immer in einem Gebiet drin und kommt da nie so richtig weg. Da könnte man an dem Laufalgorithmus noch ein bisschen feilen, vielleicht so wie das früher in diesem Bildschirmschoner von Windows war. Vielleicht kennt ihr noch einer dieser Labyrinth-Windows-Bildschirmschoner. Da ging die Figur durch und immer wenn sie nach rechts abbiegen konnte, ist sie nach rechts abgebogen. Und damit läuft man dann auf jeden Fall durch das ganze Labyrinth durch. Aber ich habe es jetzt so gelassen, weil ich war dann auch ein bisschen müde und hatte dann auch keine Lust mehr. Und ja, so konnte man das ja dann schon so ein bisschen als Demo laufen lassen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in mein Labyrinth gefallen. Ich verlinke euch hier noch die beiden Videos wie versprochen. Einmal das Video mit dem Labyrinth-Algorithmus, der dieses Labyrinth erzeugt. Und einmal das Video mit dem Ändern des ESCII-Codes oder des ESCII-Zeichensatzes des C64. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum Nächsten. Bis zum nächsten Mal.